Ich sage huuuu zu Slow High Mates, die Highlights auf den Stream 2, 2, 1, los geht's huuuu Tue ich mir eigentlich an, warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Ich würde aber sagen huuuu zu einem neuen Stream und wir streamen ab heute so at last. Ich habe es lange aufgeschoben, aber ich habe es ja letztes Jahr schon geplant für Anfang 2022. Vor allem aus dem Grund, weil das Spiel jetzt quasi, ja, fast stupid Leon hätte. Nicht mal ansatzweise, aber ihr wisst was ich meine, am 4. kam es raus und heute ist auch irgendwie der 4. Das passt dann schon irgendwie, würde ich sagen. More Mode, insane, but you're safe, I'll remove after you die in this mode. Okay, cooler Beitrag, das heißt, wir starten auf Veteran. Kann ja nur schief gehen. Gut, ich bin ein bisschen angespannt. Ich meine, jeder andere würde jetzt nicht unbedingt auf Schwer starten. Oder auf, very hard, aber gut. Ich ziehe auch noch meine, meine Lampe hier an zu flackern. Das ist gruselig. Linke Maustür, meine Tür steht zu öffnen, halte linke Maustür gedrückt und wege dich vorwärts, rückwärts, um meine Tür langsam zu öffnen. Pssst. Das war nicht langsam. Das war nicht langsam, Alter. Da hinten. Junge, bin ich hier beim Kung-Fu-Training. Haha, ja, huhu. Haha, geil. Fallen tut es mir ja nicht. Haha, Junge. Ergibt schon Männer, die Tür zu, Alter. Richtig, richtig, richtig gut getan und richtig unauffällig. I like it. Hast du Batterien hier drin? Kann ich nicht Cola drauf kaufen, damit ich wacher bleib? Ja. Ah, der war vor dem Crew, okay. Ich hab aber jetzt Klopapier vergessen oder irgendwas war da. Endlich kann ich aufs Klo gehen. Oh, wir verstopfen. Mensch, Leute. Wollt ihr nicht einmal euer Klo säubern? Genau da kommt der Typ. Acht nicht erschrecken, Leute. Jetzt kommt der erste Encounter. Hier. Der ist so hässlich. Das ist, weil sie wusste noch, dass der hier ist. Und wer bist du dann? Ja, ich bin der Mario und ich stream auf Twitch. Das ist einfach im Klo. Ich liebe diese Animation zum Türen schließen, Alter. Es ist so geil. Oh, ich liebe das. Okay, schön großes Auto. So, ist noch ein Weihnachtsmann, der hier drinsteckt? Na. Keiner da. Wenn wir rauskommen, springt uns an. Aber das kennen wir ja schon. Oh, hier sind nette Menschen. Oder auch nicht nette Menschen. Stört es sich so weh, dass ich im Bild stehe? Schaut euch das an. Also die Sendung ist langweilig. Also wirklich, die ist sehr, sehr langweilig. Wer gewinnt denn beim Ameisenfußball? Haut mal raus. Okay, sie sind nicht sehr gesprächig. Aber ich denke, das ist okay. Jetzt sind wir langsam in dem Bereich, wo ich mich nicht mehr auskenne. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo ich nicht mehr weiß, was genau passiert. Ich kenne da so ein paar Stellen, aber ich kann jetzt nicht mehr die Reihenfolge oder sonst was. Aber das macht nichts, denke ich. Wir wollten mal nach unten schauen, bevor wir die Karte einlösen. Was ist denn unten? Da kommt man ja noch nicht rein wegen dem Wasser, oder? So, da war ja was. Da war ja Wasser. Wasser. Oh Mann. Kann nur schief gehen, ne? Oh, hi. Ich würde nicht sagen, dass der Weg gut war, aber war doch nicht schlecht, oder? Hui. In dem Raum habe ich das angemacht. Der Weg kommt zurück. Junge, jetzt ist es dumm, Alter. Oh, ist es dumm. Wo ist denn ein Schrank? Existiert kein Schrank. Button smaschen. Und jetzt fucking rennen. Fucking rennen. Da war ja gar keine Action, Mann. Kein Mensch war da. Lame. Das sieht aus wie so eine Runde Gary's Mod, ne? Ist hier nicht der der eine, der ononiert? Wird ihr helfen? Das erste, was ich machen würde, wenn jemand die Hand rausstreckt, die Tür öffnet, Alter. Junge, Mann. Ich glaube, das hoffe ich, dass ich in einem Playthroom mal sterbe. Ganz ehrlich, ich hoffe es, weil sonst hätte ich gleich den Nightmare Run spielen können. Also, da zu arbeiten ist wahrscheinlich schlimmer, als hier Patient zu sein, ganz ehrlich. Okay. Kollege. Down the train, down the train. Oder, wie man auch sagen könnte, ich mag Züge. Mach doch, mach doch, mach doch. Alter, starte. Ah, ich bin so einer, der liegt im Austaste und drückt zum, äh, zu leertest und drückt zum in den Schrank gehen. Junge, das ist so doof, diese Bots, äh, diese Leute. Ja, wegen DVD, ja. Junge, Alter. Das ist doch nicht mehr schön. Ich hoffe, der schaut jetzt den anderen. Das ist doch ein bisschen ungünstig. Der schaut echt in meinen D da rein, Alter. Das ist so dumm. Das ist aber irgendwie geil. Ich lieb das. Ich lieb das. Dass du immer in einen der beiden Spins schaust, in dem man nicht drin ist, Alter. Das ist so geil. Das bin ich einfach, wenn ich raten müsste, in so 50-50 Chancen will ich auch immer die falsche nehmen. Boah, was hat denn der da für einen coolen Bildschirmschoner? Ich liebe es, wie so viele Leute hier rumlaufen. Das ist richtig geil. Richtig geil Atmung. Ähm. Herr Longschlong, ist das dein Ernst? Oh mein Gott, ich bin banischt. Hahaha. Junge. Der hat sich in Ruhe langschlangen, Alter. Geh mit dem anderen spielen. Junge. So ein geiler Typ. Ich liebe den. War stehen geblieben. Genau war gerade so cool, als ich gerade mir Wasser geholt habe. Hab so einen Deckel abgeschraubt. Der ist gegen den Staubsauger gebounced. Und wieder meine Hand zurück. Das war ultra, ultra fresh. Du musst rennen. Kann das sein? Du denn, Alter. Junge, was war das denn, Alter? Was war das denn, Alter? Der war ja anders. Er schämt sich. Sieht seidig aus. Können wir den Kopf springen? Ja, den wegschieben. Hahaha. Soll ich dich in deine Zelle zurückschieben? Ja klar, ich bin dein bester Freund. Deswegen schiebe ich dich aus, dass du durch die Gegend. Bei all meinen Kumpels. Er wurde 1818 in München. München! Geboren. Licht. Das ist doch schön. Etwas Licht. Hi, lebst du noch? Das ist doch schön. Da ist doch schön. Die große Augen. durchgespült achievement benutzt die leite um zu unteren abzeigen zu kommen ja das habe ich gesehen wie das geht ok also kann man den eigentlich relativ leicht droppen also der ist gar nicht so schlimm also es ist halt beim spiel so man arbeitet sehr mit der angst des spielers weil eigentlich ist es überhaupt nicht schlimm also die gegner sind überhaupt nicht so stark kuckuck da kuckuck da erstmal schön amnita flashbacks oh mein gott dieses wassermonster schlimmste erfahrung wo ist das monster oh da ist es hi ich hab dich verkehrt ne gut dass wir jetzt hier gespoilert werden ja dann würde ich sagen war es euch von dem stream für heute und wir sehen uns das nächste mal wieder auf wiedersehen ciao heisst Vielen Dank.